Muss ich meinem Arbeitgeber sagen, dass ich in Rente gehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich kann jetzt einfach ganz pauschal sagen, nein und ja. Nein, deshalb, oder nein, ich muss meinem Arbeitgeber nicht Bescheid sagen, dass ich in eine Rente gehe, wenn es sich um eine sogenannte vorgezogene Altersrente handelt. Bei einer vorgezogenen Altersrente gilt der Grundsatz, dass ich hier eigentlich niemandem etwas sagen muss. Ich bin in keinster Weise verpflichtet, meinem Arbeitgeber zu sagen, dass ich eine vorgezogene Altersrente beziehe und noch weiter arbeiten gehe. Es geht dem Arbeitgeber schlichtweg nichts an, denn der Bezug einer Altersrente ist ein eigenes Recht, was ich habe, ein soziales Recht und das nehme ich einfach in Anspruch. So einfach ist das. Bei einer Regelaltersrente sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus. Bei einer Regelaltersrente habe ich ja das Problem, dass bei den meisten Arbeitgebern, auch tariflich geregelt oder im Arbeitsvertrag steht es drin, das Arbeitsverhältnis ja automatisch erlischt mit Bezug einer Regelaltersrente. Oder wenn ich die Regelaltersgrenze erreiche. Deshalb muss ich hier aufpassen. Da sollte ich dem Arbeitgeber schon Bescheid sagen und ihm sagen, du pass auf, jetzt ist es bald soweit, ich gehe in Rente, ich habe meine Regelaltersgrenze erreicht und jetzt habe ich auch den Kanal voll und will nicht mehr weiterarbeiten. Bei einer vorgezogenen Altersrente erfährt aber trotzdem meistens der Arbeitgeber, dass sie in Rente sind. Warum ist das so? Ganz einfach. Sie müssen einen Rentenantrag ausfüllen und im Rentenantragsformular R100 gibt es die sogenannte Meldung zur Hochrechnung. Und spätestens dann erfährt ihr Arbeitgeber, dass sie einen Rentenbezug haben. Aber das Arbeitsverhältnis erlischt grundsätzlich nicht bei einer vorgezogenen Altersrente, außer sie wollen aufhören mit Arbeiten. Dann müssen sie aber bitte die Kündigungsfristen aus dem Arbeitsvertrag einhalten. Näheres zum Thema vorgezogene Altersrente oder Regelaltersrente oder wie Sie Ihre Rente planen können, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.